ja ich kann ich gerne mal vor und du folgst mir folge mir folge mir ja follow me die zikaden so es geht zum wald jetzt so wir sind wirklich im regenwald ja ja die kleine schlange nichts ab und zu vielleicht da sind ja die kakao früchte oben ja das ist kakaobaum was ist das was da die kaffee die bambus ja die bambus jetzt ist die plantage kakao plantage da sind so kakao bäume kakao wenn er die kakao früchte da sind aber schwarze die werden grün und später gelb wenn die reiz sind jetzt gehen zu dem wasserfall also einfach mal von oben wenn wir den wasserfall angucken aber vorsicht das ist ein bisschen glitschig hier ein bisschen rutschig den weg der weg ist ein bisschen rutschig da kann man auch schon kaffee bestellen ist aber keiner da man hört schon das wasser das ist Das hier? Das wird benutzt. Guck mal, das ist der Wasserfall unten. Geil. Kannst du einfach runtergehen und dann dorthin stehen. Das ist wieder der Spezial. So, rupiger Regenwald, auch schon schön, wunderschön grün. Ja, geht da lang und dann wieder runter. UNESCO Weltkultur. Ja. Wahnsinn. So viel Wasser auch da. Da sieht man auch die Leute unten. Sie sehen so klein aus. Kafe Plantation, University of Mataram. Die Bahn hier war ich noch nicht. Und alles regnet. Und heute der Himmel wieder bewölkt. Deutschland hier regnet es. Bambus. Genau. Dann Gül und Ivan. Ja, Ivan, lächel in die Kamera. Schön, schön. Schönes Bild. Aber das ist fantastisch. Ja. Da kommen wir auch hin, da unten. Ja. Okay. Haha, du musst da rauf springen. Achso, da drauf gehen. Aber auf die Glasplatte bist du gegangen. Ja. Ja. Und jetzt? Waldo ist da unten. Ja. Aber wenn es bebt, ja, wir müssen uns schnell flüchten. Raus, ja, weg. Wo flüchten? Da, zurück zum Berg, ne? Gut, gut. Micha, ich mache ein Bild. Angry. Moment. Jetzt, Jungul. Du. Hallo, hola. Nein. Komm, oder komm. Du warst auf dem Glas, äh, Ding dort auch gelaufen. Ich hab keinen Salz gehabt, aber das ist ja Holz. Wie Holz? Nee, das ist Metall. Nee, komm, mach gut. Mach gut. Mach gut. Mach gut. Hast du mir schon einen Truft, ja? Ja. Ja. Schon einen Truft. Das ist ja Holz. Siehst du, sie hat so Glas mehr verbreitet. Ja. Ja. Ich glaube, ich bin tief. Du hast gesehen, wie tief es ist. Das ist eine alte Betonplatte. Die hängt schon schief nach unten. So. So. Wenn du am falschen Ort bist, zur falschen Zeit. Dann schwierig. Guck, die hängt schon nach unten. Ja. Das sind schon Menschen dort unten, ne? Ja. Also wir drehen, okay. Die Hälfte sind ja, wir sind ja kein russische Touristen. Das ist ein total geiler Ausblick. Ja. Überall hier war ich noch nie. Ja, wir waren noch nie da. Ne. Ja. Und guck mal da hinten. Der blaue Himmel, dieser Kontrast, der ist so schön, ja? Ja. Das ist gut. Und unser Dorf ist auch so. Ja, liegt's hoch. So? Ja. Aber man muss immer weiter, weiter hoch, 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 hoch. Wieder nochmal der Wasserfall. Der nächste Fall. Das ist schön. Sie trauen sich nicht hin zu gehen, oder? Was? Sie trauen sich nicht hin zu gehen. Ja. Wie viele Meter sind wir hoch? 500? Ja, meinst du? Also das Höhenunterschied nach unten. Ja, oder nicht? 400 Meter. Oh, du fällst dich. Machst du auch schon ein Video, dann kannst du Kojima mal schicken. Die waren hier noch nicht, sagt ihr dann. Oder Laura vielleicht, ja. Ja. Die sind dann da runter und nichts mehr. Ja. Zur Bewässerung der Reisfelder auch. Oder Räuf? Ja. Das ist großartig. Und dann geht es um das. Ich kann das. Ja, das macht ihn einfach. Aber das ist schon ein paar Sachen. Ich kann das gucken. Ich kann das nicht werken. Ich kann das nicht gar nicht mehr von Weg. Ich kann das nicht mehr von Weg. Und der Geruch riecht so gut. Was ist das? Irgendwie mal Nelkengeruch, oder? Ja, ja, so ein bisschen. Riecht du das? Eben, was ist das? Das ist ein Hals. Mhh. Und der Geruch riecht so gut. Aber wo kommt das Wasser jetzt wieder her? So, von dem See oben, auch von dem Wald natürlich, von dem Regenwald. See? Ja, also See, Zegaraanak heißt es, also Kratersee. Ah ja, der ist da oben? Mhm. Ach, das ist wieder der... Maun Rinjani, ja. Aber jetzt vom Norden aus? Ja. Vorher waren wir im Süden. Aber das Wasser kommt eigentlich auch schon von den vielen Bäumen, ja. Also von jedem Baum, also ist so wie ein Reservat, also vom Wasser, ne. Also es droppt von jedem Baum, von jedem Baum droppt und kommt ja in den Fluss rein und dann wird es zu viel, ne. Sind ja alle Felsen? Ja. Das ist Natur, da war noch kein Mensch an dem Tank. Ne. Dann unterstört alles Wachse hier. Wachse hier. Ich weiß, was das passiert? Ja. Ja. Da war die, da war ich erst. Ja, das war's nicht. Ja, da war's nicht. Das ist Regenwald. Das sieht auch schon ein bisschen rutschig aus. Was ist das Geräusch? Das ist Toilette. Das ist Toilette, ja? Kann ich mal neu gucken? Ja, hast du gucken.